Jo Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist heute der liebe Eskation. Yo Leute, danke, dass du mich annimmst und eingeladen hast. Ich sag mal so, ich freu mich, dass ich mal wieder hier sein darf, wirklich. Ganz tolle Nummer. Leute, falls ihr noch nicht wisst, ich habe hier im Shop meinen Ideal Support-A-Creator-Code und es ist wie gesagt so, meine Freunde, dass hier der Shop immer wieder den Code zurückstellt. Also nutzt auf jeden Fall den Code REVINCE, meine Freunde, denn da kann ich mir irgendwann auch mal ein Skin kaufen. Momentan bin ich nämlich armer NOSKIN. Und deshalb würde ich mich echt freuen, wenn ihr einfach mal ein Code benutzen würdet. Weil sonst muss ich ewig NOSKIN spielen. Ich sag mal so, REVINCE, keine Sorge, deine gute Community wird den Code benutzen. Leute, wir machen heute was ganz ordentliches und zwar müssen wir aus einem Fortnite-Wald entfliehen, Leute. Und das wird extrem abenteuerlich, denn dieser Wald ist so dermaßen dicht und verwirrend gebaut wie ein Labyrinth, meine Freunde. Da sieht es sehr, sehr, sehr verwirrend drin aus und wir müssen heute aus dem Wald quasi herausfinden. Es ist so ein bisschen wie Hänsel und Gretel, nur ohne die Hexe und irgendwelche Eltern, die ihre Kinder im Wald zurücklassen. Also eigentlich was komplett anderes, halt auf den Maul REVINCE. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns jetzt mal ganz gut diesen Wald an und dann geht's ab. Bis gleich, tschu. OMG, hi, I didn't expect someone so soon. I can't tell you my name right now, but good luck. It's tough here. I believe in you. Oh, I also wanted to tell you this map is preferred to be friends. However, you earn a solo more credit to... Die Schnauze. Wir müssen jetzt aus dem Wald herausfinden. Aber warte mal, wie sind die Weißdinge so groß? Guck mal, wie hoch die sind. Das ist... Oh mein Gott, da ist ein Grusel-Bot, Grusel-Bot. Lauf, wir haben ein AP. Lass mich nicht. Wo ist der Skampp hier? Es schieß mich an. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Okay, das war schon mal die falsche Richtung. Also, Moment. Okay, das war schon mal die falsche Richtung. Sicher? Ich weiß es nicht, aber anscheinend muss man an diesem Bot vorbei. Aber wie hoch das hier ist, guck mal. Warte, wir sagen einfach, jo, was geht. Jo, was geht. Jo, was geht. Jo, was geht, lauf. Lauf hier entlang. Hier, hier, bei mir. Ich hab's. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, Tobi. Oh, ich dachte, diese Falle. Das ist die Grusel-Burg. Ich will da nicht rein. Guck mal, diese Grusel-Fackel. Erderschütterer. Komm, lauf. Mach Tür auf. Aua. Nein, ich wusste es, ich wusste es. Ich löste die aus, ich löste die aus. Okay, du musst aber die Treppe selber auslösen. Da hast du doch kein Problem. Und auslösen. Okay, ich hab, ich hab, ich hab. Komm. Okay, oh mein Gott. Tobi, warte mal, vielleicht geht's hier oben. Ist da irgendwo eine Falle? Was? Tja, scheinbar schon. Bist du explodiert? Das ist auf jeden Fall der falsche Weg an der Stelle. Vorsichtig ist da eine Falle. Ah. Hä? Okay, wo geht's lang? Warte mal, man kann hier draußen noch um die Pille. Hier, hier. Tobi, hier. Hey, warte mal, hier. Hier ist ein Hinweis. Was denn? Soll ich mal rauskommen? Ja. Okay, warte, ich bring mich kurz um. LOL. Okay, 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 was haben wir da draußen? Leute, Alter, das ist eine richtig heftige Rätselmap hier scheinbar. Ja, Mann, Alter. Deswegen, sie müssen halt hier entkommen. Ja. LOL, Digga. LOL. Tobi, dafür bin ich jetzt rausgekommen. Ja, aber guck mal, hier ist nämlich noch ein geheimer Gang. Guck mal, aber wieso sollten wir die Türen nehmen, wenn man hier auch sich nichts finden kann? Weißt du, was ich meine? Warte, da geht's hier auch nochmal die Treppe hoch. Guck mal hier. Oh, aber pass auf, hier ist safe. Ja, da ist eine Falle, ich seh's. Okay, warte, komm. Okay, wir sind drin. Wir sind drin. Gut, dass ich hier hingeguckt habe, auf jeden Fall. Aber warte mal. Was ist das runter? Warte, ich glaube, man kann hier runterfallen. Ich glaube, das ist eine Fake-Falle. Nee, ist keine Fake-Falle. Aber wenigstens haben wir... Okay, das ist auch der falsche Weg. Das ist auch der falsche Weg, Tobi. Ich habe den richtigen Weg gefunden. Nein, komm mal mit jetzt. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden. Geh mal weg, geh mal weg. Komm mal hier, man kann nicht... Ich mach nichts. Alter, der gruselige Walz. Man kommt da auf jeden Fall hoch. Ich war da gerade eben schon drauf. Wieso bist du nicht da geblieben? Dann gehe ich hier hin. Hier, guck mal. Ich habe es. Nein, ich hänge fest. Ich bin stuck. Nee, doch nicht. Aber man kann hier dann oben entlang klettern. Ah ja, okay. Ah, und hier ist eine Falle. Digga, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Okay. Nein, ich bin so dumm. Komm mal rein hier. Hier, jetzt ist die Tür. Die Tür? Macht ihr was? Warte, ich frag mal. Rebi, das sind wir doch auch in den Korb. Mein Gott, du bist so... So, wie der gruselige Walz macht mir so eine Angst. Rebi, wir sind nicht mehr im Wald. Wir sind in der Burg. Okay, guck mal, der Typ, wir haben ein Problem. Guck mal, der hat einen Rockenlautschein. Hä, warum muss man denn lang? Der da lang. Aber, Digga, wir müssen ihn irgendwie... Was? Mein Plan ist es, den Typen so zu beten, dass er sich selber kaputt schießt. Ich will das dann. Das ist doch nicht... Irgendwie ist es... Also, sehr schwer, muss ich sagen. Lauf. Einfach lauf. Komm, lauf hier rein. Oh, warte. Ah, ah. Oh Gott. Digi. Wie soll man das schaffen? Warte mal, warte mal. Vielleicht muss er seine Kollegen kaputt schießen. Warte. Guck mal, noch läst er nicht aus. Die Tür ist buggy, oder? Die Tür ist versetzt, ne? Kannst du mal schlagen? Geh mal rein. Schlag mal. Au. Okay, das kann nicht der richtige Weg sein. Lass mal links an der Burg vorbei. Ah, Digga, als ob das echt nicht der richtige Weg ist. Au. Hä, bist du tot? Hier sind Checkpoints. Au. Das war ein Bait. Wir sind die ganze Zeit falsch gelaufen. Checkpoints war ein Bait. Echt jetzt? Ja, Digga. Ey, das ist doch nicht wahr. Okay, vielleicht müssen wir da wirklich weiter. Aber warte mal, was, wenn wir über den Bait rüberhüpfen? Hä, warte mal, wenn man drüberjumpt? Sind das so unsichtbare Dinge? Ja, ich weiß jetzt, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir müssen durch diese Bibliothek durch, Tobi. Okay, warte. Oh mein Gott. Warte kurz auf mich. Ich komme einfach zu dir, ja? Okay, wir können so bitte aufhören mit deinem Kleid. Okay, komm. Komm, komm, komm. Sag mir das doch. Wusste ich ja nicht. Hat ja ich nicht wissen, also. Okay. Ah, hier sind Türen. Okay. Ich verstehe. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir nicht hier hingehen, dass wir... Nein, da gehen wir nicht rein. Doch, da gehen wir rein, okay? Geh mal. Soll ich? Ja. Okay, geh die nächste Tür rein. Lass doch aus. Okay, geh weiter. Oh! Ja, ich wusste es. Das sieht mir gar nicht geheuer aus. Ist da eine Falle? Ja, hinter der Tür. Hinter der Tür. Okay, gehst du vor? Die löst dich aus. Ah! Mann! Ich bin da, ich bin durch. Okay, danke, dass... Ja, ich schaff's halt niemals. Ich schaff's halt niemals wieder da rein. Ich schaff's halt niemals wieder da rein. Doch, ich wünsche dir die Falle hier aus. Hallo. Ja, die da hinten, aber hier vorne. Wie soll ich das denn machen? Ey, Mann, das hat überhaupt nichts mit aus einem coolen Waldentkommen zu tun, sondern es ist einfach nur wieder nervig und sch**se. Ich kann dir dann sagen, ob der liegt gut. Darum ist diese Welt faderlich aus! Warte mal, ich hab nur einen Plan. Das kann doch nicht wahr sein! Revi? Mann, ist das nervig, Alter. Soll ich dir die Fallen auslösen? Ich dachte, es geht ja nur sch**s mehr, wo man aus dem Wald entkommen muss. Stattdessen lau' ich wieder durch so'n langweiliges Dreckscastle, Alter, wo sich niemand wieder Gedanken gemacht hat. Wie heißt der, der das hier gebaut hat? Also, da links ist ein Labyrinth. Ja. Nee, das ist auch eine Falle. Hier rechts ist ein Labyrinth. Hier ist auch eine Falle unter der Tür. Sollen wir die mal auslösen, durchlaufen? Komm, löse mal aus und lauf durch. Okay, ich geh kurz... Ich geh da durch. Lauf! Ich höre eine Kiste hier. Nein! Doch. Wir haben denselben Gedanken. Okay, ist das... Das ist doch bestimmt ein Bait hier. Warte doch. Sollen wir die mal aufmachen? Sollen wir da runtergehen, die aufmachen? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Willst du mal runtergehen, die aufmachen? Was ist das denn? Was war drin? Püsselmunition. Mehr nicht? Kommst du wieder da hoch? Nee. Musst du jetzt respawnen? Ja. Ey, ist das belastend, Mann. Da vorne ist ein Spawnpoint, glaube ich. Nein. Hier ist ein Vogelkettiger. Komm mal, jetzt gerade hier, geradeaus, geradeaus. Siehst du das? Da, siehst du das unter der Tür? Mann. Komm hier geradeaus, siehst du da? Wir sind nicht gleich in die Tür gegangen. Ich weiß es nicht. Okay. Okay, warte. Ich löse aus. Auslösen, dann gehst du in die Tür rein. Das ist doch alles nur noch Scam. Das ist doch alles nur noch ein riesiger Scam hier, Alter. Mann. Ey, warum kommt denn da nicht endlich mal ein Spendingspoint? Ja, weil wir die richtige Tür haben müssen. Ja, aber das ist ja ultra lange dann, Alter, bis wir da hier durch sind. Guck mal, hier ist ein Labyrinth. Guck mal, das habe ich hier gesehen. Hier ist ein Labyrinth nämlich. Und hier, also ich habe hier auf jeden Fall ein Bot ge... Ja, das meine ich. Der hat auf mich geschossen. Ich glaube, wir müssen irgendwie hoch auf die Regale. Guck mal. Wir müssen irgendwie einen Weg nach oben finden. Das ist ja nichts, Alter. Warte mal. Oh, da steht bestimmt wieder ein Bot oder sowas. Oh, Spaß. Boah, Junge, du Arsch, Alter. Hast du dich erschrockt? Nee, nee. Hier kann man doch auch durch Fenster... Hier kann man durch Fenster... Okay, Digga, wenn das jetzt klappt. Ja, wie denn? Du hast es geschafft. Einfach dranspringen. Okay. Guck mal, hier kann man jetzt nicht... Oh, Spaß. Hier kann man jetzt eigentlich runterfallen. Oh, nein. Mach weiter. Hier, hier auf das Eck. Dann jumpst du da rüber mal. Ich komme zurück. Wohin, wohin? Okay. Aber da vorne, den schaffe ich nicht. Den schaffe ich nicht. Du musst... Du musst... Ah! Das kann doch nicht sein. Ich springe beim letzten möglichen Punkt ab, Alter. Tobi, ich habe keinen Bock noch auf diese Map, Digga. Seit einer halben Stunde gibt es hier keinen Fortschritt. Weil diese Map einfach Müll ist. Die ist so schlecht konzipiert. Wir jumpen jetzt hier entlang. Halt's Maul, nicht wirklich, oder? Ja. Komm, okay. Was jetzt? Das Ding ist, hier ist jetzt eine Falle. Ja. Wenn ich die jetzt nicht schaffe, auszulösen, alles nochmal. Komm, lauf. Ja. Jetzt sind wir in einem kleinen Waldstück. Und in diesem kleinen... Ich hoffe, hier sind jetzt keine Fallen oder irgendwas, ne? Ich heul sonst. Digga, wenn jetzt gleich irgendwas passiert, ich raste raus. Nein, das sind zwei. Warte, das habe ich im Monte Parcours gelernt. Digga, viel weiter liegst du Affe, Alter. Das hätte ich fast erwischt. Okay, guck mal. Ich fliege da. Ein Lama. Ja, ich habe es gerade gesehen, Alter. Ist hier irgendwas? Kann ich hier safe raus? Ja. Achso. Spaß. Halt doch den Mund jetzt, Mann. Folgendes. Warum ist das so klein? Ich mache das auch. Safe, ich sterbe, oder? Ah! Waffen! Wir haben jeweils einen Schuss. Holz, hier. Das ist nicht safe. Warte, wir können das mit der Sniper aufschießen, oder? Versuch mal, versuch mal. Oh mein Gott, ist das lächerlich, Alter. Okay, pass auf. Wir gehen weiter. Hier geht es weiter. Falle irgendwo? Nee. Oh, Falle. Spaß. Okay, das ist nicht lustig. Okay, hier ist noch ein Fenster. Nee, ist echt nicht lustig. Ja, ist nicht lustig. Komm, hey. Warum kommt hier kein Safe Point? Das sind jetzt eine Menge Bots, glaube ich. Ich sehe auf der Karte eine Menge Bots. Hä? Warte mal. Wie sind wir hergekommen? Wie sind wir da so hingecroucht? Ist nicht real, oder? Okay, also sind wir jetzt diesen ganzen Weg gelaufen, nur um diese Waffen zu bekommen. Digga, du kannst dich noch an die Bots erinnern. Meinst du, wir müssen die mit den Waffen wegmachen? Wir haben zwei Schuss. Hier muss es ja irgendwo Munition geben, ne? For real, Alter. Warum tun wir uns das an? Warte, ich töte den Typ. Der Typ ist weg. Wie der Typ ist weg. So, okay, wo willst du jetzt lang gehen? Hier ist eine Tür, ne? Ja, das ist eine Falle, glaube ich, oder? Nee, hier ist keine Falle. Digga, hier ist eine Falle. Da ist eine Falle. Willst du dich triggern, oder nicht? Wir gehen einfach hier entlang. Warte. Meinst du, das ist... Hier ist noch eine Falle? Takeshis Castle einfach, Digga. Hier ist keine Falle? Ja, ja, das ist mit diesen Takeshis. Hier sind überall Fallen, Digga. Das ist mit diesen Takeshis. Wir müssen hier... Nee, hier ist keine. Ah. Ah, hier ist auch eine. Ja, hier ist... Nein! Du blockst mich! Da war noch eine! Da war noch eine! Warum baut ein Mensch so ein Mümmel? Vielleicht müssen wir dieser Ranke folgen, weißt du? Wo die Langweck, siehst du das? Das mach ich gerade. Ja, das kann echt sein. Okay, warte. Hier ist auf jeden Fall der letzte Raum, wo die Ranke ist. Geht's da nicht weiter? Nee, ist gar nichts. Nee, ist gar nichts. Ist einfach nur Sch***. Ist einfach nur Sch***sack. Ja, hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Ja, aber man kann doch nicht einfach irgendeine Map bauen und sagen... Mach mal. Ohne, dass man irgendwas findet. Was für Puzzle-Map, Alter? Komm her. Ich hab Angst. Komm, komm, komm. Du kannst hier, glaube ich, durchlaufen. Sieh an, sieh an. Was der liebe S-Cation hier gefunden hat. Nein. LOL. Es ist unendlich Munition. Digga, tank dich auf. Wir können jetzt die Bots töten. Und Ziel. Feuer. Und Feuer. Digga, reicht die Munition. Safety, die wir gesammelt haben. Oh Mann, ich hoffe nicht, dass noch mehr auf irgendwas kommt. Wer weiß, ob das vielleicht nicht ein Bait ist und wir irgendwo anders hin hätten sollen. Oh, Digga, meinst du, wenn wir jetzt da hinten durchlaufen, da ist gar nichts, Alter? Das wäre so schrecklich. Ekelhaft, ja. Das heißt gar nichts hier. Hier wird bestimmt noch irgendwo eine Falle kommen oder... Wie ist das passiert? Okay, stopp. Ich überlege gerade. Hast du es geschafft? Hier ist einmal so ein Ding, wo es runter geht mit so einem Bounce Pad und einmal so ein Ding, wo es überfallen läuft. Was meinst du mit... Das ist doch wieder ein räudiger Bait. Das ist wieder ein räudiger Bait, Alter. Komplett räudig. Also hier kommt man doch niemals vorbei. Also hier, gehen wir hier rechts, oder? Ich weiß nicht, oder? Eins, zwei, drei und go. Ich probiere das jetzt einfach. War da was? Da war gar nichts. Was war deine Erkenntnis hier? Ich bin da runter gegangen gestorben. Ganz einfache Erkenntnis. Echt lustige Erkenntnis, muss ich sagen. Soll ich dir sagen, wie es geht? Wie? So nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. 52 Minuten und ich spore immer noch auf dem gleichen Müllfeld, wie es am Anfang. Ich habe keine Lust mehr. Leute, ganz ehrlich, wir hören auf. Tobi, wir hören auf. Ganz ehrlich. Ne. Ich bin nicht mehr so unglaublich sauer, Leute. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Zeit mehr, Leute. Das war es von dieser Müllmap, Alter. Schreibt uns doch mal bitte anständige Maps in die Kommentare. Mit einem anständigen Map-Code. Weil das hier... Wo ist dieser... Wo ist der Typ? Arschloch! Ich bringe diesen Typen jetzt in den Wald um. Ich bringe den Typen jetzt in den Wald um. Ich bringe den jetzt um. Ich bringe den jetzt um. Das mache ich jetzt am Ende noch. Weil der kotzt mich ja nicht mehr am meisten an von allen. Ey, warte mal. Die haben wir einfach gewonnen am Ende. Warum stirbt der nicht? Wo bist du gewesen? Leute, das war es von dieser Map. Ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich bin damit weg. Hau da rein. Lasst den Namen nach oben. Dann nutzt mein... Code. Tschüss. Es reicht mir, Alter. So eine Scheiße, ey. Auf Wiedersehen. Abonniert Askation.